Nochmal zu Binomialkoeffizienten und Pascalisches Dreieck. Jetzt haben wir hier verifiziert, dass das Pascalische Dreieck zu dieser Art Aufgabe passt, aus dem Video vorher. Und zwar zu der Frage, wie oft kommen zum Beispiel mindestens drei rote oder drei rote oder zwei rote oder Kugeln, die da spezifiziert sind. Und zwar müssen in der Urne oder in dem Modell zwei Möglichkeiten am Start sein. Zum Beispiel männlich, weiblich, Brille tragen, keine Brille tragen, rote Kugel, blaue Kugel. Dazu ansonsten noch einmal das Urnenmodell heranziehen. Wenn da jetzt nur zwei, also nur ein Unterscheidungsmerkmal eigentlich zählt. Und jetzt haben wir hier das Ziehen mit Zurücklegen. Wie oft kommen mindestens drei rote, geht es jetzt darum, beim Ziehen mit Zurücklegen aus der Urne mit viermal rot und sechsmal blau. Gut, wir haben hier nochmal das Pascalische Dreieck aus dem Vorgänger-Video-Binomial-Koeffizienten und Pascalisches Dreieck. Und dabei haben wir festgestellt, dass für den vierstufigen Zufallsversuch, dieses hier war erste Stufe, das hier ist der Startbutton, zweite Stufe, dritte Stufe, vierte Stufe. Da kann man sich natürlich dann hier auch das so vorstellen, dass hier quasi die Pfade lang gehen. Aber das wollen wir lieber nicht machen, sonst wird das unübersichtlich. Hierbei haben wir festgestellt, dass in der vierten Stufe beim mindestens drei rote, beim Ziehen mit Zurücklegen, beim viermaligen, viermal Ziehen mit Zurücklegen, muss man da eigentlich hinschreiben, viermal ZMZ. Aus der Urne mit, ansonsten wüssten wir nicht, in welcher Zeile wir gucken müssen. Vierte Stufe, viermal Ziehen, mindestens drei rote, dann gehen wir von hier aus, das sind vier rote, drei rote, zwei rote, ein rote, null rote. Steht hier unten auch nochmal aufgeschrieben. Für die, die es lesen können, für die, die es nicht lesen können, benutzt den Vollbildmodus, da müsste man das normalerweise auch ganz gut abspielen können. Gut, jetzt haben wir hier mindestens drei rote, heißt halt, im Gegenschluss bedeutet, dreimal oder viermal, aber nicht zweimal, nicht einmal, nicht nullmal. Und dann können wir hier die 4 und die 1 zusammenzählen und sagen, okay, das sind fünf Pfade. Und wenn wir jetzt nach der Wahrscheinlichkeit davon gefragt werden, dann können wir uns einen reduzierten Baum dazu malen. Und zwar wollen wir wirklich jetzt nur den Pfad haben, einmal vom Start weg, der zu rot, rot, rot und blau geht. Das ist der Pfad, den es hier viermal gibt. Viermal gibt es diesen Pfad. Ob das blau nun hier steht oder da steht, ist ja für die Wahrscheinlichkeit wurscht. Das hier ist jetzt ziehen mit zurücklegen. Wir haben viermal rot, sechsmal blau. Also haben wir hier für rot die Wahrscheinlichkeit vierzehntel, vierzehntel oder zwei Fünftel kann man auch schreiben, wenn man es gekürzt hat. Das kann einen nachher vielleicht verwirren, deswegen schreib ruhig vierzehntel, aber frag bei Schreibweisen immer nochmal den Lehrer vor Ort. Vierzehntel, vierzehntel, vierzehntel und das sind dann natürlich sechszehntel. Wie kann man das jetzt hier noch ein bisschen pimpen? Und zwar haben wir ja hier vierzehntel insgesamt dreimal. Das heißt, wir können jetzt das paskalische Dreieck hier, da bitte ich jetzt aber wirklich das Video anzugucken, das wäre ja zum Beispiel r plus b in Klammern hoch vier. Hier, r plus b, könnte man auch die Wahrscheinlichkeit von r plus die Wahrscheinlichkeit von b in Klammern hoch vier rechnen. Das wäre dann ja gleich einmal r hoch vier oder einmal vier rote Kugeln, könnte man sich dabei jetzt hier auf dieses spezielle Thema hier merken. Plus drei mal r hoch drei b hoch eins plus drei mal r hoch zwei b hoch zwei plus einmal, habe ich jetzt, was habe ich denn jetzt hier? r b hoch drei, aber wie, ach ich habe jetzt hier die Koeffizienten falsch genommen. Entschuldigung, drei, ich war kurz verwirrt, hier kommt natürlich die sechs hin, die vier hin, hier kommt die sechs hin, jetzt bin ich hier ein bisschen schnell gewesen, hier kommt die vier hin und plus einmal nichts r und b hoch vier. Dazu aber, wie gesagt, nochmal das Spezialbild oder das Video, das sich hauptsächlich damit beschäftigt. Jetzt können wir hier sagen, okay, wenn wir hier die Wahrscheinlichkeit von r mit meinen, dann können wir sagen, okay, dann müsste ja dieses Teil hier ist viermal da und hat die Wahrscheinlichkeit r hoch drei oder die Wahrscheinlichkeit von r insgesamt hoch drei. Vier Zehntel mal vier Zehntel mal vier Zehntel ist vier Zehntel hoch drei. Das heißt, wir können auch hier, wir interessieren uns für diesen Boppen und den Boppen hier. Deswegen können wir diese hier wegnüdeln. Das ist jetzt, wenn wir hier die Wahrscheinlichkeit vier Zehntel eingeben, vier Zehntel und hier die Wahrscheinlichkeit vier Zehntel eingeben, 4 mal vier Zehntel hoch drei mal sechs Zehntel. Die Wahrscheinlichkeit nach der Pfadregel ist ja hier vier Zehntel mal vier Zehntel mal vier Zehntel mal sechs Zehntel und das ist das gleiche wie vier Zehntel hoch drei mal sechs Zehntel. Diesen Pfad haben wir vier Mal, kann man auch nochmal kontrollieren, wenn man sich so ein Baumdiagramm aufzeichnet mit vier Pfaden, äh, mit vier Stufen. Und einmal haben wir halt dieses Baumdiagramm hier, beziehungsweise können wir das uns natürlich sparen, wenn wir jetzt hier vier Zehntel, vier Zehntel, vier Zehntel, vier Zehntel, vier Zehntel hinschreiben. Das ist vier Zehntel hoch vier, das ist genau dieses hier, ist dieses hier und dieses hier ist dieses hier. So, das soll das gewesen sein zu ziehen mit zurücklegen, gleich können wir nochmal zu ziehen ohne zurücklegen, da ist es nämlich ein bisschen komplizierter als dieses hier und könnte zu Verwirrungen führen. Ich zeige hier nochmal mein Schild, freue mich auf Kommentare und sage Tschüss. Ich zeige hier nochmal meine Schild, liebe Schild, liebe Schild.